Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy 13 2 und dem Beagle. Also, wir suchen Artefakte, damit wir durch die Zeit reisen können. Das klingt so bescheuert, wie es ist. Ja, aber wir suchen einfach mal. Ich wollte da hingehen. Da hinten sind ganz viele Kiddies. Die sind irgendwie on action. Also gehe ich jetzt mal in mein Haus, weil irgendwie scheint in meinem Haus richtig was los zu sein. Jo. Darf ich nicht mit dir reden? You know, I was thinking, if Noel here really is from the future, he must be pretty curious about this time period. That's true. We should probably explain a few things. I'm all ears. Was ist hier mit dir? Wir waren alle in Rays, Duncan Coon. Aber drei Jahre ago, our home basically fell out of the sky. We couldn't rely on the broken fell sea anymore. So, most of us made the decision to move to Pulse. Weren't there millions of people living on Cocoon? It must have been pretty cramped. Well, it was. But on Pulse, we had to deal with new hardships, like vicious monsters and a lack of provisions. Sounds like a rough time. Yeah. Yeah. But eventually, things settled down and some former military types helped get things organized. Now, there's a growing town at the base of Cocoon's Pillar. The guys who used to be in charge are long gone. How did you end up in this place, then? Our leader, Snow, suggested we live somewhere near the ocean. We used to live in a seaside town on Cocoon, so it was like we were rebuilding our home. Snow and the rest of us were used to fighting monsters and getting our hands dirty. So, we've pretty much settled back into our old way of life. Snow's not around right now, so we do the best we can. But if lightning were back, everything would be so much better. So, for everyone here, your sister being gone is the reality. Odd. Aha, jetzt haben wir das alles nochmal erklärt bekommen. Interessant. Na gut, dann ist das so. Damit auch jeder, auch der Letzte wie ich, der dumme Beagle, versteht, Cocoon war dieses Ding, was von der Elf vom Himmel fiel. Ja gut, sorry, meint Bella, so war es halt. Nochmal Zwischensequenzen. Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Wir haben einen Artifakt gefunden, wie Gnoll sagte, wir würden. Das bedeutet, dass alles andere, was er gesagt ist, ist wahr? Er hat wirklich einen Lightning in Valhalla gefunden? Vielleicht. Als ich durch die Gute stehe, werde ich meine Freunde, meine Studenten und die Village, für wer weiß wie lange. Kannst du mir sagen, Lightning, ob ich diesen Mann schaffe? Das weiß ich nicht. Eiltrank, okay. Also ich muss sagen, wenn ich eins nicht verstehe, dann die Handlung im Moment. Also nein, was heißt nicht verstehen, ist der falsche Satz. Ich verstehe, was ich da sehe. Ich weiß noch nicht, worauf das alles so hinaus möchte. Das würde jeder sagen. Was du willst, genau? Ein Zukunft, mit Leuten in es. I lived at the end of days. I was the very last child to be born. As I grew up, everyone I knew died, one by one, until eventually it was just me. All their dreams fell on my shoulders. I was their last hope. It was too much, so I left. Sure, maybe I couldn't go home again. Maybe I couldn't make everyone happy. But at the very least I could rebuild a future where everyone could survive. So I went through the gate. I wasn't thinking very clearly then. I had a dream, but I didn't think it all out. I didn't know what it really meant. But once I got here and saw how you and your friends live in this village, I knew my dream could come true. Okay, I understand. Er erzählt das zwar schon die ganze Zeit exakt so, aber danke, dass du es jetzt zum sechsten Mal erzählt hast, damit wir es jetzt glauben können. Meine Lieben, da hat der Beagleburg Mist gebaut. Und zwar hatte ich einen kurzen Cut machen müssen und danach wohl nicht mehr richtig drauf gedrückt. Ich habe das sogar erst ein Stückchen weiter geguckt, weil ich kann ja noch nicht mehrere Spielstände anlegen. Noch nicht, leider. Guck, wo das ist. Ihr habt jetzt quasi verpasst, wie ich zum Strand gegangen bin, zu dem Portal, wo wir das ja gefunden hatten und wie sich die Leute von Sarah verabschiedet haben. So, der mit den roten Haaren hat Lightning's Messer geschärft, damit Lightning auch nicht böse wird. Der Blonde hat die Kette erneuert von Snow, damit sie sie immer bei sich tragen kann. Und dieser mit den blauen Haaren kümmert sich um die Snow-Katze. Das war das, was ihr verpasst habt. Und das tut mir auch wahnsinnig leid. Ich habe es leider wirklich erst gesehen, als ich mich verabschieden wollte und gesehen habe, dass das rote Lichtlein nicht an ist. Ich war abgelenkt, weil ich ein neues Camtasia habe und da gerade was am Ausprobieren war. Aber jetzt sind wir in der Chronosphäre angekommen. Die Chronosphäre ist der Ort, an dem verschiedene Ebenen von Raum und Zeit auf komplexe Weise aufeinandertreffen. Sie ist Kompass und Navigator zugleich und dient Zeitreisenden auf ihrer Mission durch Raum und Zeit als Anhaltspunkt. Wähle mit L bzw. Steuerkreuz Zeit und Ort und bestätige mit X. Öffne neue Portale, um neue Zeiten und noch nicht besuchte Orte zu gelangen. Neues Zeitportal geöffnet. Im Spiel kannst du zur Chronosphäre zurückkehren, indem du den Pausenbildschirm durch Drücken von Start aufhufst und dort zurück zur Chronosphäre auswählst. Die Option ist nicht immer verfügbar. Das Spiel speichert dabei automatisch den aktuellen Fortschritt. Die Zeit bleibt an diesem Ort stehen, sodass andere Orte besucht werden können, um zu einem späteren Zeitpunkt die Reise am zuletzt gespeicherten Ort wieder aufzunehmen. Von jetzt an gelangt man beim Laden gespeicherte Spielstände immer in die Chronosphäre. Dort kannst du Zeit und Ort wählen, um die Reise an der gewünschten Stelle fortzusetzen. Ach ja? Hm. Nee. Schade. Also ich dachte, ich könnte euch die Zwischensequenz nochmal irgendwie zeigen. Ich schau mal, dass ich vielleicht an die Zwischensequenz drankomme. Irgendwie. Die Zwischensequenz hat die Zanktum gespeichert. Und eine scientifische Organisation calling itself The Academy searches ruins für ancient technological secrets. Eine solche Zeit ist auf den Shores of Lake Brescia, wo eine gigantische Waffe hat sich umgekehrt. Um... Das dauert ein bisschen lange. Wenigstens das könnt ihr schon mal sehen. Kapitel 2 Unsichtbare Eindringlinge. Kucera. Will you encounter your past here? How will you choose to deal with that pain? des Böse. Fußbethäu. Bo-bo-bo-bo-bo-o-o-o-o-o. No, 됐st du. Du-coörst du. Du-coörst du. Du-coörst du. Das ist Cocoon! Kupo? Really? Are you sure? Ja, check it out. You can see the ground above us. Wow! So this is how Cocoon looks from the inside. That's right, I forgot. This is your first time here. Yep. Kupo! What is that? Look out! Move! Get up! An arm? Yeah. And not looking to shake hands, I'm guessing. No! No! Warum sie das tut, weiß keiner. Greif doch einfach an. Eieiei, Leute. Das fickern ein paar böse Sachen. Ich hab da schon mal gegen gekämmelt. Aber wie gesagt, euch mach ich's gerne nochmal. War ja mein Fehler. Ich lass ihn mal ausgeblendet sehen. Da kommt noch was für Missschaffen. Ja, dieses Monster wird eine Attacke aus, die Blutschaden hervorrufen. Ein Blutschaden führt zu einer Verringerung der maximalen TP, welche nicht mit Haltränken kuriert werden kann. Ein anhaltender Blutschaden kann verheerende Folgen haben, wenn sich der Kampf in die Länge zieht. Ja, ja, kann's jetzt erstmal hier egal sein, Leute. Ich find die Musik grad noch so unfassend, aber vielleicht kommt das alles noch. Tatsächlich ist das vom Spiel gewollt, dass das so lange dauert mit dem Shop-Button. Was du pictured? Bist du da? Bist du auf? Bist du auf? Ja, ich jubile euch. Tweder nicht besser. Knie hast du da? Sie kündigen es aber immerhin an, ja? Ja, ja. Nein, 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 äh, da. Ja, ja, mach du mal deinem Blutschaden da. Ich mach deutlich mehr Schaden als du. Welche of all we have? Hostile located. Engage at will. Paradox effect confirmed. Targeting Atlas. Fire! Okay. Okay Das ist cool Friends of yours Attention intruders, surrender immediately Poopoo? 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 Attention go to headquarters, move Ganz schön mies hier Ich muss gar nichts machen, gut, ich guck mir das Das habe ich letztes Mal aufgefragt Was ist dieses Paradox effect? Remember the weirdness near your village when the meteorite fell? Probably the same kind of thing Was ist das? Was ist das? Was ist das? No Unknown hostiles are the best of the ruins They're slowing down the survey You two came up on the grand elevator? Huh? The grand what? Sarah, what you talking about? He could be talking about the elevator that's supposed to connect cocoon and pulse But it's still being built It's going to be finished next year To your confusedness It was done last year Last year? Ist das hier eine andere Welt? Ich meine, wie kann das sein? Ist das hier die Zukunft? Ich denke, wir gehen Wir gehen uns vorwärts in Zeit Ich denke, zwei Jahre hat sich vor Ich denke, zwei Jahre hat sich Ich denke, seitdem das was für nächstes Jahr Was schon überwärts Was bereits vorwärts Was schon überwärts Was schon überwärts Ist das du? Hey Watch yourself Thanks Sarah Es ist du Do you know them? Uh huh Wer bist du? Wer bist du? Wer ist die überhaupt? Ich meine, sie hat so ein Zwinkerzwinker Sie erinnert mich an ne Rebecca aus Resident Evil In Blond How will I find you, when I don't even know when or where I'll end up next? Rain? Oh I'll supply you both with comm devices. Right this way, please. Thank you, for your help. I was just wondering, have we met before? Oh, no. Sorry about all that observer nonsense back there. Lucky for us, that soldier was so quick to believe me. All the young woman named Alyssa, what are your movements? Oh, who are you or where are you with Sarah? Sarah. Ähm, okay. Kann ich mich jetzt einblenden oder ist das so mutig? Ja, ja. Oh, sie ist Lehrerin geworden. Wow. Ich kann mit allen hier sprechen, aber ich hab nicht das, dass es was bringt. So, the paradox is a distortion. You'll need an ID to travel any further into the ruins. Here, take this communicator and keep it with you at all times. So, I'm curious. Yeah? Just why are you helping us, anyway? I saw you two. I saw how you got here, through that thing. What? You mean, through the gate? Yes. It is a kind of gate. It links to another world, doesn't it? Uh, nice to finally have some clue what these things are for. Hmm. So, basically, helping us out was almost like part of your research. But you still have questions. I do have questions, yes. About the gate, and about the paradox. Yeah. But with Atlas throwing his weight around, the ruins will be closed off, and there goes the chance to get your answers. No. Go Popo. No problem. We'll take care of that giant for you. You will? Great. Die Wahl des Anführers kann sowohl im Kampf als auch beim Erkunden der Umgebung frei bestimmt werden. Öffne hierzummit das Menü und wähle Anführer wechseln. Auch im Kämpfen kann durch die Auswahl von Anführerwechseln der Anführer getauscht werden. Wird der Anführer kampfenfähig und nimmt der verbleibende Gefährte die Anführerrolle. Nach dem Kampf wird die ursprüngliche Dingster-Bümster wiederhergestellt. Finde ich ehrlich gesagt gut, weil ein K.O. dann eventuell schneller vermieden werden kann. Trifft's das? Werden wir sehen. Portale werden in drei Kategorien unterteilt. Jene, die golden leuchten, haben den Segen der Göttin erhalten und können mit einem Artefakt aktiviert werden. Zu jedem soll goldenen Kompass existiert jeweils nur ein passendes Artefakt, das als Schlüssel fungiert. Blaue Portale können mit Ur-Artefakten geöffnet werden. Ur-Artefakte sind keine Unikate und können an verschiedenen Orten und Zeiten gefunden werden. Wird ein Portal mit einem solchen Ur-Artefakt geöffnet, löst sich das Artefakt auf. Schwarze ausgebrannte Portale sind Ausgangsportale, durch die Sarah und Noel geschritten sind, als sie eine bestimmte Zeit betreten haben. Nähere dich dem Portal und drücke X, um zur Chronosphäre zurückzukehren. Okay. Mh. Istarion. Wir dürften ein paar Punkte haben. Ja, wir haben ein paar Punkte. Oh Gott, nein. Ähm. Reicht nicht mehr? Uh. Warte mal. Ah. Warte mal. Ah. Okay. Hm, okay. So. Ob das bei ihm auch alles so reicht? Ja. Ich würde gern Augumentor, ich möchte gern Heiler bei ihm machen. Ähm. Nee. Ah, ich habe keine Ahnung, was das heißt, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Die Autofertigkeit Brecher Bonus Plus erlernen. Äh. Äh. Ja. Hm. Okay. Aber das hat uns ja schon, schon weit gebracht. Ja. Ja. Wo muss ich denn tät? Ha. Ich bin hier, ne? Hier könnten überall Gefäße und so ein Kram sein. Schauen wir uns mal hier um. Ich höre auch schon eins. Ich bin mir nur grad nicht sicher, wo ich es höre. Hm. Wir schauen irgendwo hier. Hier. Ich schaue mich jetzt erstmal kurz hier um. Weil laut Karte sind hier Bese. Ah. Da oben. 400 Gil sind 400 Gil. Hm. Ich weiß nicht, ob ich die ansprechen möchte. Ich weiß nicht, ob ich die ansprechen möchte. Wow, dann versteck dich doch. Nein. Hier geht's nicht weiter. Nein. Hier geht's nicht weiter. Ja, mach das. Aber hier ist sonst nichts. Hm. Ich höre auch kein Behältnis. Was? Dafür hab ich da vorne irgendwo eins gehört. Ja. Da wo auch Chocoboos sind. Ähm. Da hinten. Da. 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 Da möchte ich hin. Ja, ja. Wie komme ich da hin? Das ist eine gute Frage. Einfach da hoch? Jo. Einfach da hoch. Das der habe ich die ganze Zeit gehört. Waschi hat ein Schwarzgurt. Warte. Nein. Ähm. Null. Anlegen. Resistenz. Ja. Falls ich ihn als Verteidiger brauche. Ausrüstung. Sarah. Hm. Wie viel hat er denn? 400. Sie hat mehr. Wow, das ist bitter. Ja. Oh. Okay. Dann halt so. Wenigstens etwas dann, ha? Sie ist immer noch ein bisschen, ein bisschen peppiger drauf. Ich höre noch eine, ähm. Was ist denn hier los? Kennt ihr das, wenn ihr auf einmal so viele Mails kriegt und euch fragt, wer will eigentlich die ganze Zeit irgendwas von euch? So geht es mir irgendwie gerade um. Sind das alle? Ne, da ist noch eins. Hm, da ist auch ein Händler. Ja. Ja, ja. Hä? Ach, da hinten. Ach, das war kein Händler. Das war mein Kupo. Lol. Ne, doch. Hier ist ein Händler. Choco Bucolina. Choco Bucolina. Ok. Choco Bucolina. Also nicht missen. Die richtigen Komponente überreicht. Sprich sie an und überprüfe, ob sie etwas Interessantes für dich behalten. Durch das Anlegen von Accessoires können die Artipute eines Gefährten verbessert werden. Öffne mit das Menü und wähle dort Ausrüsten. Bla bla bla. Im Zuge ihrer Fortschritte können sie... Ja, das hatte ich gesehen. Jetzt weiß ich auch, was damit gemeint war. Was kann ich denn verkaufen? Vermutlich gar nichts, ne? Hm. Was hat sie denn? Woran sehe ich denn, wie viele ich davon habe? Ah, da hinten. Ich habe 23 Stück. Okay. Meteorkracher. Und Seelenheuler. Ist das besser? Sogar viel besser. Oh Gott, nein. Hey, eins nur. Ich habe das Gefühl, das war es wert. Oh, Giesererkraut. Aber es kostet... Es kostet viel Geld. Ähm, danke. Ausrüstung. Anlegen. Boah, aber ja. Ausrüstung, R, anlegen. Ah. Ist ja der Wahnsinn, wie viel Plus ich hier gemacht habe. Ich glaube, darüber kann ich mich jetzt nicht beschweren. So, irgendwo da muss auch noch eins... Hier muss noch eine Kugel sein. Kuppo, Kuppo. Sagst du, Kuppo, Kuppo. Kuppo leuchtet. Warum leuchtet Kuppo? Da ist sie. Ich sehe sie. Kann ich den Kuppo ansprechen? Kuppo? Ich sehe sie. Wie mache ich das? Nee, so nicht. Nee, auch so nicht. Kann ich ihn andibaren? Ich sehe es hier. Was mache ich denn jetzt? Kuppo, sag mal, was ich tun muss. Kuppo? 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 Ja, aber... Egal, das schaue ich mir später an. Habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein, ihr Lieben.